Der Häuptling muss seine Befehle von der schwarzen Hand erhalten. Wer sonst könnte sich solch einen ausgefeilten Plan umsetzen? Achtung! Das beste an einem Judenkampf ist, wenn die Grauks und die Karagor einander... Halt! Ich habe etwas gesehen! Ja, das stimmt! Bei den Menschen entgegen sollte er bloß ein Konzertfall! Es braucht mehr als eine dumme Geist, um mich zu verblöden! Wir sollten alle unsere eigenen Ringe besitzen, die uns im Kampf unbesiegbar machen! Ich habe gehört, genau die sollen wir auch bekommen, wenn unser Herr erscheint und uns in die Schlacht führt! Das ist ein Konzert! So, ne? So, ne? Prozent Prozent geflohen was hat das mal gedemütigt Kampfwächter sind will ich nicht macht das jetzt aber ich will jetzt töten ich bin der Hauptmann jetzt ich bleibe doch gefälligst hier du hier bleibt jetzt sofort komm schon ey der ist verdammt schnell man er soll stehen bleiben scheißkerl jetzt wird er in die Festung da habe ich keine Chance ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt hier ist nichts dieser Mistkerl jetzt ist er weg scheiße Mann Kacke ich glaube da hat sich was verliegt ich muss da hoch ich muss da hoch aber ganz schnell he 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 warte mal ja ja ey geht doch mal weg dem der Schamaner hier unten ist her her sie geht bye Years O Scheiße ich hab hier ein Problem hier aufnehmen aufnehmen schnell nicht jedoch ich will das sehr schnell aufnehmen na gut mach es weg scheiße auch geht doch jetzt mal ja 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 ist ja gut scheiß festungen zum kotzen so ne ich entschuldige mich dass ich vorhin kein ton gehabt habe ich idiot haben wir wieder die wie nennt man das die mute taste gedrückt gehalten und ist es mir nicht aufgefallen und das ist scheiße ich weiß und auch kommen egal ja 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 festung scheiße hier was haben wir denn hier ist das so wenn wir als nächstes sind wo sind wir überhaupt ich sehe ich sehe mich hier irgendwie auf der karte das so kacke ist das okay wir haben den hier noch der lange red box macht hunger wächst beständig an damit steigt doch seinen nutzen für deine zwecke erhalte ihn am leben und bringen den schritt in der herren schwarzen so was ich auch noch schauen wollte war verbesserung aber ich habe ja ein fähigkeitspunkt und ich habe hier sehr schön was haben wir denn letzte chance todesstoß kritischer treffer verdoppelt den anstiegen treffer serie gut aufschneiden angriffen okay sehr schön auch gut wurfdolche nee terrorisieren r2 und das kann ich erst durch schleich auf zählung appendis habe ich jetzt nicht wissen na gut ich werde jetzt erstmal die anderen quest machen und dann schauen wir mal weil die werden erst freigeschalten da jagd raus von töte drei spinnen juhu ich freue mich okay töte was jetzt habe ich sie gelesen verdammt so aber ich möchte eigentlich gerne noch schnell genau so halb hat halbherzig in den kampf gehen habe zu essen sehr schön sehr schön wo bist du jetzt hier a2 weitwächst noch hier hat es ist es gut ich nehme mich einfach hin da oh 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 k oh 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 sn Okay, warte mal. Nee, ich will das ehrlich gesagt nicht, aber die Schützen, die sind scheiße, das weiß ich. Red Bags hinten in die Richtung. Kann ich hier irgendwie... Habe ich da gerade etwas gehört? Oh. Menschen, abschauen! Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Du, greif von hinten an! Der Leiche will mein Herr bekommen! Nein! Scheiße! Zümmel ihn auf den Boden! Deine Leiche wird vom Nachschonfrau bewegen! Autsch! Jetzt muss ich weg! Nein, 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 nein. Nö, 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 nö. Ah, shit, ey. Wiederholen. Boom. Scheiße. So, wie mache ich das denn am besten? Was ist da? Ist da irgendwas? Ja, komm. Erstmal die Schützen. Bleib doch stehen, verdammt nochmal. Es gibt so oder so ein riesen Gemetzel. Oh ja, so. Dich mal die Stufe. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Erstmal die ein bisschen zerstreuen und wenn die hier hochkommen dann rätzt, fettzt.